Ja hallo liebe Freunde, Interessenten und Kunden von Rollomeister.de Heute wieder mit einem neuen Erklärvideo. In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie bei uns im Online-Shop ganz einfach eine Außen-Jalousie konfigurieren und bestellen können. Und ich würde das gerne mal anhand eines aktuellen Kundenbeispiels durchgehen. Ich hatte gestern einen Kundenanruf, der noch ein paar Fragen hatte zu seiner Jalousienbestellung und wir spielen das einfach mal anhand dieser Anfrage durch. Das heißt, wir gehen hier erstmal in den Bereich Außen-Jalousien. Hier finden Sie dann wie immer diverse verschiedene Informationen zu unseren Produkten, zu den technischen Merkmalen und so weiter. Wir steigen jetzt aber mal direkt ein in den Online-Konfigurator. Und im ersten Schritt stehen Sie vor der Wahl der Lamellenbreite. Grundsätzlich unsere Empfehlung, wir würden immer entweder eine 80 mm oder eine 75 oder 90 mm Lamelle empfehlen. Die 50 mm Lamelle ist einfach nicht so stabil von der Ausführung her. Für kleine Fenster, für bestimmte Anwendungen ist das mit Sicherheit auch machbar. Aber generell würden wir eher zu der 80 mm Lamelle tendieren. Die 90er oder die 75er Lamelle kann man dann einsetzen, speziell wenn man eine stärkere Abdunklung haben möchte. Also im Schlafzimmer beispielsweise, weil wir hier am Ende der Lamelle Dichtungslippen haben. Das heißt, die Lamellen schließen wirklich sehr bündig, sodass also zwischen den Lamellen keine Lichtspalte entstehen. Also das hier wäre sicherlich geeignet, wenn man stärker verdunkeln möchte. Aber sage ich mal im Standardfall, auch wie hier jetzt in dem Bild bei einem Wohnzimmer auf der normalen Terrasse, kann man mit Sicherheit sehr gut mit den 80 mm Lamellen klarkommen. Die Frage ist jetzt, ob man eine Randgebörde oder eine Flachlamelle wählen sollte. Generell wird sehr häufig die Randgebörde-Lamelle gewählt, wobei die Flachlamelle eigentlich qualitativ keinen Nachteil hat. In dem Fall, den wir jetzt hatten mit dem Kunden, habe ich tatsächlich eine Flachlamelle empfohlen, weil die Situation war wie folgt. Der Kunde möchte zwei Außenjalousien in der Fensternische montieren und hat oben, oberhalb des Fensters relativ wenig Platz, um das Lamellenpaket und den Jalousienkasten unterzubringen. Und da ist es einfach so, wir sehen das gleich noch, dass die Flachlamelle einfach viel weniger Platz benötigt als die Randgebörde-Lamelle. Sie können das bei uns in der Messanleitung nachlesen. Da können Sie die Pakethöhen ermitteln. Ich habe das hier schon einmal geöffnet. Wir kommen da gleich nochmal dazu. Und zwar finden Sie hier in dem Dokument dann die Pakethöhen. Und wir können uns hier mal den Unterschied anschauen. Das Fenster hatte ungefähr eine Höhe von 2,20 Meter. Das heißt, bei einer Flachlamelle haben wir eine Pakethöhe von gerade mal 17 Zentimeter. Und bei der Randgebördelten Lamelle hätten wir hier satte 10 Zentimeter mehr, die wir am Platz benötigen für das Jalousienpaket. Und hier in seinem Fall wäre es eben so gewesen, dass dann die Jalousie nicht komplett aus dem Fenster fahren kann, weil wir hier wie gesagt 30 Zentimeter inklusive der Blende noch und der Halter ca. 30 Zentimeter Platz benötigen. Der Kunde aber nur rund 20 Zentimeter Platz hat oben, um oberhalb des Fensters zu montieren. Also daher habe ich Ihnen dann ganz klar empfohlen, die Flachlamelle einzusetzen, einfach aus optischen Gründen. Ansonsten, wenn Sie genug Platz haben oder auch vor der Fensternische an der Fassade montieren, spielt das natürlich dann weniger eine Rolle. Dann können Sie auch problemlos die Randgebördelte Lamelle einsetzen. Wie gesagt, die wird auch am häufigsten gewählt. Aber in diesem konkreten Anwendungsfall habe ich Ihnen dann die Flachlamelle empfohlen. Und das machen wir jetzt hier auch an der Stelle. Wie gesagt, hier finden Sie nochmal die Anleitungen, die ich jetzt hier auch schon geöffnet hatte. Sie finden sie auch nochmal unter der Rubrik Anleitungen. Also hier oben sind die auch nochmal alle abgelegt. Wie gesagt, ich habe es jetzt hier schon geöffnet. Gehen wir also weiter. Die Montage, wie gesagt, hier in der Fensternische. Und dann hatten wir hier noch eine besondere Situation. Da kommen wir auch nochmal gleich drauf zu sprechen. Die Fensternische hatte eine komplette Breite von 2,80 Meter. Und er möchte aber, da das ein Schiebeelement ist, zwei Jalousien hier. Also er möchte das aufteilen, möchte zwei Jalousien montieren. Das heißt, von der Messanleitung her normalerweise, wenn ich in die Fensternische gehe, haben wir ja auch geschrieben. Dann nimmt man die Breite der Fensternische, haben wir hier, und zieht insgesamt nochmal 20 Millimeter ab. In dem Fall nehmen wir jetzt mal beispielhaft, er hat eine Gesamtbreite von 2,80 Meter. Und man würde dann, wie gesagt, 2 Zentimeter abziehen. Das heißt, die Anlagenbreite wäre normalerweise 2,78 Meter. Und da er es auf zwei Jalousien verteilen möchte, würde ich jetzt einfach hier als Breite, also 2,78 Meter durch 2, das wären dann 139. Moment. Jetzt, Feststelltaste veraktiviert. Okay, also 139 Zentimeter. Und die Höhe, ja, hier ist es sogar noch, nehmen wir 2,20 Meter jetzt einfach, genau. So, wie gesagt, das ist jetzt die eine Jalousie für das komplette Fensterelement. So, er wollte das Ganze mit Elektromotor ausführen. So, die Bedienseite von innen gesehen. Wie gesagt, wir betrachten jetzt 2 Jalousien. Wir nehmen jetzt mal von innen gesehen die linke Jalousie. Hängt natürlich davon ab, wie die Stromzufuhr dann gestaltet ist. Ich wähle jetzt einfach mal links. Dann haben wir die Auswahl der Lamellenfarbe. Hier haben Sie dann entsprechend das Angebot. Der Kunde wollte hier eine anthrazitfarbene Jalousie. Also nehmen wir hier, Sie sehen ja auch immer die Angaben der entsprechenden RAL-Töne. RAL 7016. So, dann wollte er auch eine Blende haben. In dem Fall, da er oben eine Aufdopplung am Fenster hat, also braucht er nicht zwingend eine U-Blende. Vor allem, weil wir jetzt mit dem Paket komplett aus dem Sichtfenster, quasi aus dem Sichtfeld herauskommen. Würde also hier eine Winkelblende ausreichen. Es gibt andere Anwendungen. Wie gesagt, wenn tatsächlich das Paket noch in das Fenster hineinragt, würde man eine U-Blende empfehlen, damit es auch rückseitig sauber abgedeckt ist. Oder wenn man vor der Fassade sitzt, dann auch entsprechend je nach Montagesituation eine U-Blende zu nehmen. Wir nehmen jetzt hier die Winkelblende. Ja, dann nehmen wir auch eine Endkappe dazu. Wir würden jetzt hier eine Endkappe links nehmen. Die Blende soll dann auch durchgehend laufen. Da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Beziehungsweise in dem Fall, wenn die Blende jetzt hier durchgehend verlaufen sollte, dann würden wir Sie bitten, das einfach im Checkout nach der Adresseingabe nochmal zu erwähnen. Dass Sie also jetzt in dem Fall nicht zwei einzelne Blenden haben möchten, sondern eine durchgehende Blende. Das heißt hier jetzt bei der Jalousie würde ich bei der Blende eine Endkappe links wählen und bei der anderen Jalousie dann später eine Endkappe rechts. So, und dann hatten wir hier auch noch die besondere Situation, er wollte das Ganze mit Führungsschienen haben, aber er wollte eben mittig nicht zwei Einzelführungsschienen haben, sondern er wollte das Ganze über eine Doppelführungsschiene dann abbilden. In dem Fall, jetzt haben wir ja die linke Jalousie gewählt, wähle ich dann einfach aus mit Seitenführungsschienen, eine Doppelführungsschiene dann rechts. Und bei der anderen Jalousie, die ich dann konfiguriere, wähle ich dann einfach spiegelbildlich eine Doppelführungsschiene links. Und wie gesagt, Sie können dann im Checkout nach der Adresseingabe nochmal angeben. Ich möchte eine durchgehende Blende. Die Jalousien sind direkt nebeneinander und sollen halt hier wie konfiguriert entsprechend mit einer Doppelführungsschiene mittig ausgestattet werden. Wichtig noch zu der Farbkoordination, also wir haben jetzt ja Anthrazit ausgewählt. Das heißt auch hier, die Blende wird auch farblich an die Lamellenfarbe angepasst, die Farbe der Führungsschienen auch. Also in dem Fall wäre wirklich komplett Blende, Führungsschiene und Lamelle und auch die Unterleiste in RAL 7016 in Anthrazit ausgeführt. Wenn Sie hier irgendetwas Abweichendes haben möchten, dann geben Sie uns das auch bitte gerne an. Wie gesagt, wieder im freien Textfeld nach der Adresseingabe. Aber das wäre jetzt das Standardprozedere, wenn wir hier eine Jalousie mit Blendeführungsschienen haben. So Elektrozubehör könnte man jetzt hier noch eine Funkvariante wählen. Wenn man jetzt hier bei zwei Jalousien das mit Funk gerne hätte, würde man einmal hier bei der einen Jalousie eine Funkbedienung mit fünf Kanälen dann wählen. Bei der zweiten Jalousie könnte man dann nur mit einem Funkempfänger dann arbeiten und so könnte ich mit einer Fernbedienung beide Jalousien steuern. Zum Beispiel auf Kanal 1 Jalousie 1, auf Kanal 2 Jalousie 2 und auf Kanal 3 beide Jalousien beispielsweise zusammen. Er möchte das mit einem Schalter machen. Er hat auch die entsprechenden Schalter schon bei sich gesetzt und will wie gesagt beide Jalousien auch unabhängig voneinander fahren. Deswegen würde er dann auch bei der zweiten Jalousie einfach nochmal einen Elektromotor bestellen und wir brauchen hier kein weiteres Elektrozubehör. Steuerung, in dem Fall könnte man noch eine Wind-Sonnenautomatik dazu wählen. Hat er jetzt in dem Fall nicht gewünscht, lassen wir also weg. Genau und dann sind wir auch schon fertig mit der Konfiguration. Können das Produkt in den Warenkorb legen. Und dann würde ich jetzt einfach zurückgehen, hier über weiter shoppen und dann die zweite Jalousie in dem Fall, jetzt im Fall des Kunden, dann nochmal konfigurieren. Einfach dann spiegelbildlich mit der Endkappe rechts und hier auch mit der Doppelführungsschiene dann links entsprechend, aber auch wieder mit Elektromotor. Bedienmotorseite, wie gesagt, je nachdem wo sie bzw. jetzt in dem Fall der Kunde seinen Stromanschluss hat. Das war es soweit. Wenn Sie noch Fragen hier zu haben, gerne jederzeit per Mail an die info at rollomeister.de oder unsere kostenlose Hotline, die 0800 76 556 00. Das war es soweit. Einen schönen Sonntag noch für Sie. Bis bald. Machen Sie es gut. Ciao, ciao. Ciao.